Abgestürzt So, für den Anfang mache ich kurz die Musik aus, weil die Musik ist episch, muss ich erstmal sagen. Und ich werde in dem Video nicht viel reden, weil ganz einfach die Musik die Hauptsache ist. Ähm, ja. Mach ich gleich wieder an. So, dieses Spiel heißt 404-Side. Es geht um eine Datei, die heißt ada.exe. Das sind wir. Und wir müssen es schaffen, durch das Internet zum Hub, also zum Server zu kommen. Was sich als schwierig gestalten wird. Okay, dann mache ich hier Musik an. Und ich würde sagen, wir fangen an. So, das sind wir. Und das ist das Internet. Und das kleine da oben ist da ein PC, auf dem du dir kannst. Hm, war ich nicht. So, das klingt sowas wie ein Jump'n'Run, 3D. Also, wie die Musik jetzt noch dazu sagt, es kommt dann auch noch andere Musik. Und diese Felder hier hat man nur, wenn man den Ping aktiviert hat. Was der Ping ist, wisst ihr alle. Einer von denen, der es weiß, könnte es mir mal erklären, weil ich weiß es nicht. Nein. Jo. Äh, dadurch sehen wir diese lila Sprung-Dinge. Und auch diese grünen Felder, die uns schneller machen. Das ist dann sozusagen das Breitband. Da muss man abschätzen, ob es sinnvoll ist, den Breitband hinterherzulaufen oder einfach mal hier abzukürzen. So, erst mal sind die Slow-Felder. Ich würde sagen, schau mal, wenn man drüberläuft, passiert, dass das Ziel und das rechts oben Leben. Leben ist gleich Geschwindigkeit. Wenn wir hier laufen, werden wir schneller. Wenn wir hier laufen, werden wir langsamer und sterben. Ja. Das da sind die Meere. Die Bohren sozusagen. Die Bohren sozusagen das Internet an. So, habe ich das interpretiert. Und wenn man den Ping ausmacht, dann können wir uns nicht mehr erkennen. Aber man kann auch einfach an ihm vorbei laufen. So, ab ins erste Level. Und wenn man den Ping ausmacht, dann kann man den Ping ausmacht. Ähm, so. So. Der Schussgrad hieß, das Level ist vorbei. Und wir kommen in ein neues Level. Ich hab geschmolt. Ah. Scheiße. Ich hab geschmolt. Das geil ist, hier gibt es so ein Spezial. Der macht einen schneller und unempfindlichen Slow-Felder und Viren. Und dann kann man die Viren auch kaputt machen. Okay. Ah. Oh eh. Fuck. Okay, wir bleiben auf dem Coolen. Und hier kommt dann nicht richtig keine Musik hin. Also ich ruck bei dem Spiel dann immer ab. 1. 1. 2. 3. 4. 4. 4. 6. 6. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 LOL Man kann ja auch links und links denken. Au! Ich glaube, das ist nicht richtig. Nein, das ist sehr viel G5. Komm schon. Und... Na, wo willst du denn hin? Verdammt, ich will immer so ziehen. Schau mal. Ich versuch das voll geil aus für alle von mir eigentlich nicht so viel erkunden kann. Jetzt schon wieder. Ja, ja, ja. Nein, 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 nein. Okay, hier kann man nicht... Doch, doch, kann man. Lol. He, geil. Sehr nice. Okay. So, äh... Ja. Das war das Spiel. Mehr gibt's dazu noch nicht zu sagen, also... Jetzt lehnt sich hier nochmal eine Runde ab. Und... Ja. Holt's euch. Spielt es. Sagt mir, wie es euch gefallen hat. Und... Bis zum nächsten Mal.